Ich will ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für Ihre Unterstützung, für die ganz, ganz hervorragende Zusammenarbeit, für Ihre konstruktive Kritik und einfach, dass Sie uns immer so unterstützen. Ganz, ganz herzlichen Dank und mein Applaus für Sie. Und für diejenigen unter Ihnen, die immer noch nicht bunt genug ist, habe ich noch was. Ich möchte nämlich jetzt zwei Kollegen zu mir auf die Bühne bitten und Sie kennen die beiden schon, nur bisher hatten die beiden einfach anders farbige Hüte auf. Begrüßen Sie mit mir hier auf der Bühne unsere neue Geschäftsführung, René Herzog und Rolf-Dieter Malzahn. Ja, bei einer neuen Geschäftsführung stellt sich natürlich immer die Frage, was passiert, was ändert sich, wo geht die Reise hin? Ja, die neue Geschäftsführung, da sind wir in der Rolle jetzt, die neun, wir beide sind aber tatsächlich schon ein paar Jahre im Unternehmen dabei. Wir haben die Strategie, den Kurs maßgeblich mitgeprägt. Ich hoffe, Sie merken, dass wir versuchen, wir arbeiten hart dran, jedes Jahr wirklich flexibler und schneller zu werden. Und das ist eine Kontinuität, die setzen wir natürlich fort. Grundsätzlich sind wir mit dem, was wir erreicht haben, jetzt schon ganz zufrieden und wir hören nicht auf. Was wir verstärken wollen, ist insbesondere das Thema Wachstum. Da war das Touristik ja 13.